hallo und herzlich willkommen zurück zur let's play mta video real life ich bin der mr swiss zocker und ich habe euch noch wen mitgebracht hallo ja hallo ich bin der crazy und ich war hier gleich meinen flugschein ja genau er ist gerade ein bisschen am farm das hier ist sein wohnmobil wenn ich nicht einmal nummernschild orientieren kann ja das verkehrt herum lol auf deinem hinteren nummernschild steht der name richtig und auf dem vorderen steht da rückwärts bei mir auch sicher zum ersten mal ja und bei meinem buffalo habe ich einen neuen mod drauf gemacht im bmw 4er ja ich möchte euch kurz was zeigen und zwar ich habe den waffenschein und ich habe hier ein kofferraum reingeballert jetzt drücken wir zwei dann geht die handbremse aus und drücken hier hinten drauf das geht nicht wie ihr seht normalerweise braucht man das nicht aussteigen beim wohnmobil allerdings schon müsst ihr aussteigen und hier an mich verarschen ernsthaft ich habe ihn vorher aufgemacht das habe ich mir dazu gemacht ich dumpf backe warte jetzt muss es gehen ja beim wohnmobil müsst ihr auf den kofferraum zum kofferraum laufen ihr könnt es nicht vom sitz aus aufmachen wie bei jedem anderen auto ich habe hier jetzt drin eine desert eagle mit 42 schuss ja ich weiß ich muss mein skill noch hoch treiben aber erst wieder versorgen und zu machen den hobel zu motor aus und break so heute werden wir uns den waffen bisschen widmen wir werden oder ich zeige euch kurz den 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 wie heißt der scheiß ammunition by the way jemand hat mir einen super tipp gegeben wie ich das zu schließen aufschließen und so alles verkürzen kann und zwar mit einem keybinder das ist auch richtig geil auf dem server ist der keybinder eingescriptet du brauchst kein extra keybinder du kannst einfach slash bind die taste eingeben und dann den befehl ist richtig geil gemacht finde ich wenn ihr auf das num pad was legen wollt dann müsst ihr halt buy slash bind num also n-u-m unterstrich die taste zum beispiel 1 num unterstrich 1 num pad 1 und dann abstand und den befehl den ihr wollt ohne slash könnt ihr einfach nachher zum beispiel lock 1 machen jetzt drücke ich nur noch auf die erste taste auf das num pad 1 und dann wird mein auto auf und zugeschlossen so hier sehen wir die ganzen waffen eine desert eagle kostet 1248 dollar ist eine ganze menge ähm und die munition dazu kostet auch 250 dollar 252 dollar also die diegel ist so ziemlich die schwerste die teuerste waffe aber sie haut halt auch fett rein also hier ist das ganze ding ne nahkampf man kann sich ein baseball kaufen eine schaufel ein schlagring ein messer ihr könnt euch eine sd-pistol kaufen eine 9mm-pistol eine diegel eine mp5 eine schrotflinte würde ich mir auf jeden fall auch noch zutun ähm eine ak-47 und eine m4 und als präzisionsgewehr gibt es einfach eine country rifle weiß nicht was da dann präzision sein soll aber hey gut dann könnt ihr bevor ihr die waffen kauft die auch testen was ist hier in der net der schießstand was ist das ah ah ok geil oh matico hier ist der schießstand jetzt habe ich ihn gefunden ich wollte euch nämlich fragen wo der schießstand ist aber ich habe ihn gefunden das ist hier kacke gemacht ich sehe überhaupt nicht wo ich hinschieße weil man muss die waffen hier skillen weil sonst mit einer diegel kannst du halt nicht so rumlaufen dann laufst du halt nur so langsam rum wie ihr vorher bei mir gesehen habt so ich ducke mich jetzt hier sonst sehe ich das fahrenkreuz nicht ups 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 das sind drei schüsse die daneben gingen so ich konzentriere mich hier mal ein bisschen deshalb bin ich ein bisschen ruhiger headshot elf sekunden noch der ist auch tot ich will weiter schießen oh ist fertig also kugeln verbraucht 65 ja das geht zu schnell weg er konnte es bestimmt lesen so dann nehmen wir noch mal kurz eine andere waffe wie skill ich eigentlich die waffe kann mir waffen kann mir das jemand sagen ähm es ist ein lupara ah es ist ein es ist das gewehr hier das ist so doppelläufig und hat zwei patronen irgendeine abgesägte schrotflinte richtig geil also die mit der waffe haut man fett rein was jobst du jetzt eigentlich äh ähm äh trocker ok weil du musst hier gar nicht groß ziehen guck mal ups ja bisschen ziehen müssen wir dann doch aber guck mal ich hab gar nicht auf den kopf gezieht und der kopf ist weg aber das ist halt schrotflinte so kommt der kopf muss noch weg super zene genauigkeit 91,1% äh ich nehme jetzt mal die m4 noch und teste die noch kurz ich sehe nix alter ist das scheiße gelöst ja ruf mich halt an ich bin jetzt am schießen ich hab keine Zeit zum abnehmen ich sollte vielleicht nicht einfach nur sprayen so ich weiß gar nicht hab ich euch den piloten job schon gezeigt weil ich bin ja jetzt ich hab jetzt einen flugschein ähm ob ich euch den schon gezeigt hab frage ich mich gerade na sonst machen wir nachher mal kurz ne runde pilot ähm ähm noch was anderes alle es gibt ein paar leute die haben mir halt in die kommentare geschrieben ja app mal skype lass mal tehlern alles will beim let's play dabei sein nein skype nehme ich nur meine kumpels an äh 53,9% ja mit der m4 bin ich ein bisschen beschissen ähm moment ja bitte ja guten tag guten tag guten tag kumpels an kumpels an kumpels an kumpels an kumpels an Na, na dann. Man sollte noch schreiben können. Na dann. Ja, gut, er hat es schon erledigt. Perfekt. Ich wollte nämlich auflegen, aber... Ich wollte mich erst noch verabschieden, weißt du? Der nette Schweizer will sich wieder mal verabschieden und das macht der andere. Nö, aufgelegt, erster. So, wir fahren hier einfach mal ein bisschen querfeldein. Heilige Scheiße, mit Regen lässt sich der Buffalo gar nicht so gut fahren. So, was ist passiert seit dem letzten Mal? Ja, der Marcel, mit dem haben wir letztes Mal aufgenommen. Es gibt jetzt ein Intro. Ihr habt jetzt ein Intro vom Video. Weiß nicht, hast du es schon gesehen? Geräte? Jo, ist geil. Danke. Na gut, eigentlich musst du nicht mehr danken. Mit dem Ersteller... Trotzdem geil. Mit dem Ersteller werde ich auch noch eine Aufnahme machen. Wir finden nun ihn in dem passenden Termin, der uns beiden passt. Aber wenn er Zeit hat, dann werde ich mit ihm auf jeden Fall mal ein Video machen. Einfach als Dankeschön, dass er mir eins gemacht hat. Ist ja nicht selbstverständlich. Ja, wir haben jetzt... Kurz parken hier mitten auf dem Highway. Wir sind jetzt mit 29 Spielern auf dem Server. Das ist nicht sehr viel. Für MTA. Wir gucken jetzt mal. Slash Self. Wie viel Geld das ich hab? 18.000. Ähm... Ich bin mit einem Typen von euch, dessen Name mir gar nicht einfällt, sorry. Der hat mir ein paar Hufeisen und so gezeigt. Ähm... Es sind ja da diese Bonus-Punkte, die man halt finden kann. Und es gibt ja hier ein Bonus-Menü. Ihr könnt euch mit einem Bonus-Punkten Sachen kaufen. Zum Beispiel Lungenvolumen, Muskeln, Konditionen, Boxen, Kampfstyle, also Kung-Fu, Streetfighter, Waffen-Skills... Ach, die muss man kaufen! Alles klar. Alles klar. Gut, dann hab ich das herausgefunden. Also ich werd mir die Diegel-Skiddle kaufen, Sturmgewehr und Schrot finden und MP5. Dann kann man sich noch Fahrzeug-Slots kaufen. Werd ich mir auch mal zwei kaufen. Ich hab jetzt vier, jetzt hab ich fünf, ne? Ah, jetzt kann ich sieben? Lol. Ich kann sieben Fahrzeuge jetzt haben. Alles klar. Ähm, Notebook hab ich mir gekauft. Wie ich es benutze, weiß ich allerdings nicht. Ähm... Werd ich mir die... Ja. Ich werd noch ein bisschen gucken. Aber ist auf jeden Fall geil. Ich würd' euch empfehlen, kauft euch auch Notebook. Das ist ziemlich nützlich. Kann man sich, ähm... Kann man sich Essen bestellen. Da ploppt einfach sofort hier so ein Pizza-Boy auf. Ähm... Legt dir eine Pizza hin und, äh... Und, ähm... Teleportiert dich dann wieder hin vor Ort. Ziemlich witzig. Random! Kommt mir einfach so ein Roller entgegengeschossen, ne? Unbemannt. Mhm. Ich fahr jetzt kurz ins kleine Dorf dort hinten. Einfach mal, um zu gucken, wie viel ein Huntley kauft. Ich will mir nämlich so ein Jeep kaufen. Und ich will mir noch ein Haus kaufen. Also ich werd' das Wohnmobil verkaufen. Ähm... Such aber noch ein Haus. Ich weiß, jemand hat mir ein Haus gezeigt. In LV. Aber das ist mir... Erstens zu abgelegen. Und hat mir zu viele Leute da. Ich will lieber eins mitten in der Pampa, wo kein Schwein da ist. Dafür hab ich meine Ruhe. Werden wir nachher auch noch ein bisschen gucken gehen. Ich kenn eigentlich das Radio anmachen. Ist, ist, ähm... Ist eigentlich da das, das, äh... Das Techno-Base eigentlich GEMA-Dingens? Hm... Weiß nicht. Weiß nicht. Aber ich hab's, denk ich, so leise, das hat man fast nicht. Ähm... Und wir quatschen ja sowieso. Und der Motor holt noch drüber. Und, ähm... Ja. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist der wunderschöne Huntley. Hier hat's noch sonst... Öh... Rift. Ähm... Ganz schöne Autos. Ja, ganz schön. Also man... Was ich mir wahrscheinlich auch mal noch zutue, ist ein Sandschiss. Einfach, weil ich's kann. Ähm... Ein Ranger, ein... Nen... Die heißt der Scheiß. Da. Ähm... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt mal ganz schnieke einfach mal an. So, Kleinstarthändler. Ein Bandito will ich nicht. Ein BF Injection will ich auch nicht. Ich will auch keinen Ranger für knapp 10.000. Huntley 24.950 Dollar. Oder ein Landstalker für knapp 20.000. Alles klar. Es gibt noch einige Fahrzeuge, die ich gerne will. Mach auf. Ähm... Der Huntley zählt dazu. Einen Huntley möchte ich mir noch kaufen. Dann ein Premier. Will ich mir noch kaufen. Ich weiß, es ist ein Bullenauto, aber es ist trotzdem ein geiles Auto. Weil das Ding fährt schneller als ein Sultan. Und Heckantrieb. Weiß, das hier ist auch ein Heckantrieb, aber... Es ist ein Vierplätzer. Ähm... Ja. Jetzt... Was soll ich noch... Was machen wir noch? Wir fahren jetzt mal zu... Wir drehen uns erstmal hier. Und... Drehen uns nochmal. Und jetzt fahren wir mal kurz... An einem bestimmten Ort. Und zwar... Hm... Ich kapiere nicht, wie ich die Koffer hier auf die Flugzeuge lade. Loll. Du musst mit dem Auto... Also mit diesen... Diesen Dingen... Kann man ja nicht als Auto bezeichnen... Rückwärts an diese Hänger ranfahren. Die musst du ankoppeln. Ach so. Du kannst auch mehrere aneinander koppeln. Du kannst eigentlich... Wenn du... Wenn du es kannst, kannst du mit drei Anhängern... Über den Flughafen fahren. Ich habe bis jetzt aber nur geschafft, zwei aufs Mal anzuhängen. Weil der... Weil dann... Der Anhänger nicht so... Vollkommen rumspackt. Du kannst nicht mehr rückwärts fahren. Deshalb würde ich hier empfehlen... Nimm einen... Mach den am nächsten... Flugzeug rein. Und nehm dann die letzten zwei mit. Dann brauchst du nicht... Nimm mal zurückfahren. Nein, 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 nein... Ähm... Falls jemand Interesse hat an meinem Wohnmobil, ne... Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Kommentare oder... Oder... Forum anschreiben. Oder hier eine E-Mail ingame. Ähm... Könnt ihr mir gerne schreiben. Jetzt ruft er wieder an. Oder? Ist der gleiche? Nein. Was will denn der jetzt? Komm. Ja, bitte. Alter, Tastatur. Hi. Oh, Better ist besser geworden. Yay. Nice. Jetzt kann ich endlich vernünftig driften. Noch einer. Immer noch. Ja. Wie viele wollen mich noch fragen? Ich heiße nicht aus Spaß, Mr. Swiss. Ich tue nichts nur so. Ich bin ein waschechter Schweizer. Ja, aber... Gebe ich nicht weiter. Ja, weiter. Ähm... Ein... Äh, nicht ins Wasser fahren. Soll er anhalten. Einfach so. Weil ich... Weil ich... Spaß dran hab, das niemandem zu geben. Ich hab keinen Bock... Da... Da kommen wir auch noch zu. Ihr müsst mir nicht in die Kommentare schreiben, wie ist deine Skype-ID. Oder hier hast du meine Skype-ID. Nein, will ich nicht. Ich verdiene... Sehr gut. Nein. Danke. Ähm. Ihr braucht mir nicht in die Kommentare schreiben. Ja, hier meine Skype-ID. Add mich mal. Ich add euch nicht. Bye-bye. Ja. Leg auf. Bitte. Tu mir den Gefallen. Danke. Ähm. Ich werd euch nicht adden, weil ich sonst dauernd irgendwelche Anrufe kriege. Von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen hab. Ähm. Klar, den Martin hab ich auch noch nie gesehen, aber... Ne. Ist halt was anderes. Ähm. Er ist ein Let's Play-Partner. Und... Ne. Ich werd niemanden adden, den ich nicht irgendwie kenn oder der einen guten Grund hat, um mich in Skype zu adden. Und nein, es ist kein guter Grund. Ich bin dein größter Fan. Das ist kein guter Grund. Schlechter Grund. Sehr schlechter Grund. Ja. War da ein Haus? Da ist ein Haus. Geil. Wie viel kostet's? 350.000 und 300 Spielstunden. Geht noch ne Weile. Ähm. Hier ist ein Dorf. Also, ein Haus ab 50 Spielstunden wär ganz nice, ne? 500 Spielstunden, das ist ne Null mehr. Was eine Null also bewirken kann, ne? Da sind beide Lichter kaputt, ne? Äh, ist ja Tag. Ist ja Tag. Braucht kein Schwein das Licht. Ähm. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir hinwollen, um zu gucken, wo es noch Häuser gibt. Ich weiß auch immer nach LV. Ähm. Da gibt's bestimmt was. Da gibt's bestimmt was. Doll. Was? Was man mit den Anhängern alles anstellen kann. Was? Ist das angestellt? Keine Ahnung, der ein Tisch liegt jetzt so auf der Seite und ist zuerst mal über den halben Flugplatz geflogen. Nice. So. Ähm. Ja. Doll. Was? Der Anhänger steht seitwärts. Ram ihn. So auf zwei Rädern und der. Ram ihn. Er, ja, nee, ich hab ihn, ich hab ihn dran, aber der fährt mir so nah. Ha. Er fühlt's. Er fühlt den Swag. Ja, Swag ist so ziemlich unser Lieblingswort. Ich weiß nicht, man merkt, man merkt es im Let's Play irgendwie so, weil ich mich da ein bisschen zusammenreiß, aber... Ne. Nein, nein, ich kippe. Ähm. Er ist viel zu hoch gepockt, ich weiß nicht. Er ist bei allen Mods irgendwie so, die ich auf den Buffalo raufklatsche. Der letzte war schon übelst hoch, der ist jetzt auch so hoch. Ähm. Hydraulik Fahrwerk bringt auch nichts. Es ist genau gleich hoch. Nur, dass ich noch höher bocken kann. Du rammst mich jetzt nicht. Penner. Ähm. Das Haus gehört bestimmt jemandem, ne? Ja. Ja. Marcel 24. Sei froh, du kannst hier... Du hast hier ein Haus und hier kannst du dein Flugzeug starten. Ohne Witz, das geht. Hier kann man ein Flugzeug starten und der hat da unten ein, äh... Ja. Oder er kauft sich ein Wasserflugzeug und kann das im Wasser starten. Ich würde eigentlich sagen, er kann sich ein Boot kaufen und das dort andocken und ein Flugzeug da starten. Aber so geht's auch. Hier gibt's doch... Gibt's hier keine freien Häuser? Dein Ernst? Eine Laterne weniger gibt's jetzt. Ich fahr gleich mal nach LS, glaube ich, und guck da mal. Ich fahr gleich mal nach.